Und Leute, ihr könnt ihr auch gerne mal so ein Like droppen, wenn euch das Pack gefällt und wenn euch das Pack nicht gefällt, einfach kein Like droppen. Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Kursgear auf meinem Kanal. Ja Leute, heute mal eine ganz besondere Runde, denn in dem Video zeige ich euch mein 8k Pack. Zumindest das vorläufige 8k Pack, was noch nicht ganz fertig ist, aber zum Großteil fertig ist. Und ich es euch mal zeigen wollte. Ihr könnt ja eure Meinung dazu in die Comments schreiben, würde mich mega freuen. Und Leute, ihr könnt ja auch gerne mal so ein Like droppen, wenn euch das Pack gefällt und wenn euch das Pack nicht gefällt, einfach kein Like droppen. Damit ich einfach mal sehe, wie viele das Pack haben wollen und wie viele es nicht haben wollen. So, dann leben wir auch nur mit 2 Gegner. Oder 3 Gegner. So, dann haben wir ganz knapp bekommen. So, den könnten wir eigentlich noch vorm DM holen, da wir gerade gegebt haben und sollten wir eigentlich kommen. Ja, haben wir. So, dann sind wir auch im DM gegen den letzten Gegner. Der hat keine Schuhe, also sind wir besser gegebt. Sollten wir hoffentlich auch. So, wir geben ihm ganz gut. Er ist noch ein Free-60, komm. Nein, nicht getroffen. Okay, das kann ich nicht wirklich gut, aber hoffentlich versaut uns jetzt in die Runde. So, ich baue den jetzt einfach, weil ich die Runde jetzt gewinnen will und nicht wirklich noch Bock habe, eine Runde aufzunehmen. So, da haben wir die Runde auch gewonnen, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch das Pack gefällt, Leute, lasst gerne ein Like da und schreibt eure Meinungen so in die Kommentare. Dann würde ich sagen, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.